so einen wunderschönen liebe zockergemeinschaft ja was soll ich sagen die letzte aufnahme wurde nix weil weiß nicht es ging einfach nicht ich habe keine ahnung warum aber ich kann konnte die videodatei nicht abspielen ja sehr geil wie auch immer was habt ihr verpasst in der aufnahme die schief gegangen ist ja selbst überlegen wir haben unsere plumps losgebaut die stück die ganze stadt läuft ich glaube wir haben sogar ein paar winz hütten hier reingeknallt schön nebeneinander wir haben ich glaube auch hier ein förster gemacht der holz ran holt und ja haben gesagt hier soll mal schön abgeholzt werden holz stein und alles weil unser lagerbestand ist bisschen wenig geworden des weiteren haben wir hier kerzensfabrik mit talc ledermäntel werden hergestellt wir haben so ein bündel schuppen hergestellt der war mist und zwar hat er aus organischen material in anführungsstrichen ja das waren pflanzen er hat aus pflanzen brennstoff gemacht es ist leider nichts für uns mal gucken was ist das hier im küstenhaus kann sand und leben für ich glaube wir müssen ein küstenhaus machen das muss im wasser oder an der küste wo muss das hingebaut werden das muss hier oder ohja und wie es hier dran gebaut werden muss aber das kann auch da oben oder ja das geht auch dann gucken wir mal ob wir das auch hier hinknallen können gleich daneben so nein und hier und hier hatten wir schon mal probiert oder hier ist es immer wie blöd oder wegen den ganzen kursen hier würde es gehen ich würde schon fast sagen machen müssen oder hier wenn wir hier sand machen können mir gar nicht mal so schlecht wie bereit dafür haben wir die ganzen sachen noch nicht ja ich würde sagen das baum jetzt erstmal das ist hier dann können wir schön äh den weg hin machen jup perfekt können wir theoretisch hier noch irgendwas daneben anmachen mal gucken ob wir da was schickes finden haben wir schon ne ne haben wir schon ja nein haben wir schon ne was ist der unterschied ne ne wasser mühle ist dann ticken besser was ist dass beiden d unterwegs und standard und Acker. Ne, das ist nicht. Oh, oh, braucht Stahl statt. Oh ne, 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 ne. Oha, wird das denn, muss doch noch irgendwas sein. Bauerei, Weinkeller, Bastellerie, trocknen. Baufen, Dekoration, ne, wollen wir nicht. Auch Dekoration, nein. Oh, ist das jetzt hingebaut? Nein. Hm, kann man nicht ne Ziegelei oder sowas bauen? Stand doch da irgendwas. Wird aus Sandglas gemacht? Ja. Kann Sand und Leben führen, Gläserei oder Ziegelei? Ah, wir haben hier keine Ziegelei. Ah, die Köhlerei kann, kann zur Ziegelei verbessert werden. Okay. Wieso nicht? Wir könnten man theoretisch die Köhlerei daneben bauen, wa? Ah, das braucht schon wieder so viel Stuff, Mann. Ah, machen wir erstmal hier Pause, ne. Hm, 40 Leben, ja, dafür muss das erstmal fällig werden. Mann, wo wird gebaut? Hier ist schon wieder nix. Ähm. Es wird kalt. Wir sollten Holz verballern. Hm, es wird auch andere Möglichkeiten gibt. Was, du bist voll? Ja, dann machen wir mal 100, ja, klar, 150, zack. Äh, Eisen. Haben wir alles hier schon weg, oder? Ist auch hier, hier ist ne Menge Eisen. Weil die sind auch massig am Arbeiten. Oh, ihnen geht's nicht gut. Wir brauchen, zu essen haben wir genug, auf jeden Fall. Nur kein, nicht so viel Talg. Hat der denn zu wenig Wildbrät? Momentan, wir gucken mal. Äh, Lager. Stimmt. Wir haben eindeutig zu wenig Wild. Ist schon wieder jemand gestorben? Achso, ne, stimmt, ja. Wir sagen mal, äh, einer, der, äh, noch mit beim Jagen hilft. Wir haben ja den Nein gesagt, dass er hier, äh, Brennholz machen soll. Jetzt ist die Frage, bringt der das da rein? Nein. Der bringt's schön da hinten hin, wie ich das, äh, gesagt hab. Ha, perfekt. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, hier das ganze, äh, die Lagerwirtschaft direkt vorm Rathaus. Wo, wo der King schön das beobachten kann, ob jemand da was entklaut. Mhm. Läuft. Ansonsten, da oben wurde vergessen, noch Sachen abzuholen. Sind noch hier welche am abarbeiten oder so? Ja, da oben. Eisen. Und Nimmer kümmert sich hier um den Bau. Achso, ja. Mhm. Alle haben zu tun, oder was? Talg. Können wir nicht sagen, dass er jetzt erstmal Bienenwachs nehmen soll? Kann er erstmal Bienenwachs nehmen? Haben ja so viel. Ich mach da ein paar Kerzen, weil die sind ein bisschen mehr wert als, äh, ja, so ein anderes Zeug. Ich kann Teig sich wieder, äh, bisschen ansammeln. 100 Bienenwachs hat er gleich genommen. Boah. Dann zeig mir, was du kannst. Er guckt nur und geht wieder rein. Er guckt wieder und geht wieder rein. Hm. Steht da irgendwie Information zu Kerzen? Kerzen. Ne. Aber hey, ein Händler ist wieder da. Erd Sonnenblumenkerne. Ich nehm den gerne 20. Ach, die sind bestimmt nur zum Essen da, oder? Kann man noch irgendeinen Auftrag machen. Käsebrot. Rüchte Brot. Ne. Käsebrot ist ein gutes Brot. Ja, den nehmen wir mit. Ähm, machen wir jetzt nochmal mit Bienenwachs. Das passt so. Äh, wir nehmen mal... Der hat den ganzen weiten Weg für 20 Blumenkernen, Sonnenblumenkerne gemacht. Nehmen wir mal. So, jetzt haben wir hier... Sonnenblumenkerne. Kann ich die jetzt anpflanzen? Sonnenblumen. Wo ist denn das? 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 Mann! Da, Acker. So. Können wir da Sonnenblumen? Nö, natürlich nicht! Warum auch? Hätte ja sein können. Ach, verdammt! Mann! Hätte so schön werden können! Was? Die Dinger halten ja nicht gerade sehr warm, oder? Eigentlich... Brauchen wir wieder Kraut? Ne, wir haben noch genug. Warum lebt der allein hier, der Jäger? Hm. Hoffentlich hört der macht schön weiter Zeug aus Bienenwachs. Das ist gut. Bis wir Talg haben. Und Ledermäntel. Sollte man noch einen Jäger bauen? Hier oder so? Sind hier eigentlich noch die Tiere? Und ein neuer Erwachsener. Gerald. Sehr gut. Wer ist hier für zu... Oh, du machst schon. So, wie war das? Ähm... Holz haben wir. Gutschön verarbeitet. Er macht jetzt erstmal Knopperszeit. Sehr toll. Ähm... In der Zwischenzeit können wir mal gucken... Ob wir was besonderes bauen können. Die Mine... Die wäre hier... Nicht an diesem Ort. Hier kann die Mine gemacht werden. Die Mine von Mormoria. Hm. Die kann echt nicht da reingemacht werden. Geht wirklich nur von da. Ja. 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 Hm. Hm. Na ja erstmal hier so... Zack. Hier wird eine Mine gemacht. Ich glaube man ja theoretisch den Steinbruch dann... Hier machen, oder? Ja. Da wohne es... Moment. Hm. Da. Dann ist hier der Feldweg. Steinbruch. Oh, jetzt sehe ich den Weg nicht mehr. Ah. Hm. Hm. So. Ich sehe den Weg echt nicht mehr so gut. Ist das... Ist das der? Ja. Dann kann das Ding... So. Hm. Dann hätten wir hier den Steinbruch. Und die Minern einen Ort. Hm. Läuft. Dann könnte man theoretisch... von hier einen Abzweig nach da drüben machen. Psst. Nach da. Ne. Nach da unten. Oder so. Mal gucken. Äh. Das Ding ist hier eigentlich fertig. Sehr gut. Warum sollen wir Froschschenkel oder Schildkröten sammeln? Wie auch immer. Äh. Zwei Stück. Einer für Sand und einer für Lehm. Kann mir denn noch einen hin? Oh. Das wäre so schön. Wenn das kloppen würde. Aber es geht leider nur hier. Oh. Äh. Ärgerlich. Hm. Aber ist ja. Echt jetzt? Oh. Echt jetzt? Das ist jetzt Quatsch. Ich hab. Oh. Oh. Hättest du da echt noch dran gekommen? Hm. Das ist jetzt Quatsch. Nee, das ist jetzt Quatsch. So. Das ist ja auch so ein komischer Backenweg. Ach, ja, warum nicht? Was hier, das alles wird noch abgeerntet? Hm. Ja, aber was noch zu tun? So. Hier haben wir gesagt, Lehm. Irgendwann mal. Hauptsache das Ding steht, würde ich mal sagen. Brennholz. Muss noch weiter gehackt werden. Im Wald, würde ich sagen, noch einen zweiten Holzfäller. Oh, die sind noch hier fleißig am Ackern. Oh, da ist der Weg sogar. Und die Mine ist natürlich, ja, klar, ist natürlich nicht mit eingebaut. Weil ich zu blöd dafür war. Hätte man um eins Ding nach vorne machen können. Oh, Mann. Das darf ich den ganzen Weg nochmal machen. Könnte ich den hier. Weiß man, oder? Oh, weil ich den immer so gut sehe, ne? Oh, diese Bäume. Aber ist richtig, oder? Wenn ich den jetzt wegmachen kann. Ähm, das, ja. Muss schon. Muss. Aber interessant, dass ich hier schon angefangen abzuhacken. Äh. Könnt ihr wirklich... Ja, jetzt könnte ich noch hier irgendwo eine kleine Positionseinheit machen. Noch eine Jagdhütte. Irgendwas kleines. Irgendwas kleines. Hm. Oh, so langt ein Haus. Hm. Wieso eigentlich nicht? Und wenn ich den hier hinmache... Ich glaube, das ist ein Tick nicht so groß. Ich mach da lieber einen Stein. Und dann muss ich den hier hinmachen müssen. Und dann nach oben. Ja, doch. Steinhaus und dann ab nach oben. Ja, aber ich kann mich dann da wie eine Pucke durch den machen. Vielen Dank.